das ist dieses ding die luftzufuhr die stofffass wird ersetzt Okay. Sag doch einfach wo lang. Tipp doch nicht einfach rum. Wahrscheinlich das Teil. Genau das vor dir. Das da. Das ist die Tür. Die Ader oder so schießen. Aha. Schon ganz einfach. Bestimmt, wie immer. Ich muss zum Lift. Du kannst auch... Ey, warum klaut mich keiner? Ja. Mehr Stofffass wird ersetzt. Ich würde gar nicht aufwinden. Wie ist denn ein Eck woanders ist? Wannilosliiren! Was hat denn mit dem Teil jetzt geschmissen? Ach! Ach! Leerstofffass wird ersetzt Das war die letzte Isaac Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoffrecycling neu starten kannst Sobald die Luft sauber ist, kannst du ins Lebensmittellager Isaac, ich hab mir diese Berichte durchgelesen Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben und jetzt... Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich Ah ja Das heißt... Hau doch mal, Kater, wie's mal wo geht's Hier raus und dann hier lang Dann hinten runter Also hier lang Genau Einfach... Die Arme schießen, die zicken nicht rum Jetzt über die anderen Fünfmal draufballern, bringt nix Ich danke dir Geh mir davon aus, dass es Ding Was war der? Ähm... Gerade 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 Geradeaus und dann nach links Hier links? Nein, nein, einfach nicht Geradeaus, oder? Ja, schon Ja Ja Isaac Wo bist du? Hilf mir Ich helfe dir nicht mehr, mir hilft auch keiner zur Entwo Hilf dir nicht mehr, mir hilft auch keiner zur Entwo Ah, ist hier nicht wo haben sie mal angekuckt die karte sagt mir gerade ausgleichen ich rieche es war hier den computer sämtliche luftschächte werden geflutet stickstoff und sauberstoffsättigung werden wieder hergestellt abschrottung des lebensmittellagers aufgehoben wenn ich gut ich habe schon gesprächelt aber ist auch egal sprechen ist jetzt muss uga uga wulla uga uga muss jetzt da also um das ding herum und oh gott da stand irgendwas mit leviathan vergiften und leviathan war glaub ich dieses fette Vieh ich will nicht aah holla scheiße erinnert sich logbuch der hydro station hier spricht dr quatsch ich kann kaum glauben was ich hier wäre verrückt total verrückt ich werde jetzt zum scharf der gehen angeblich kommen alle überlebenden dorthin jacob ich warte da auf dich ich bin ich bin isaac ich bin der einzige der hier rumläuft weil mir keine helfen will aber freu mich hat sich hallooo ooooo Ah! Coole Sache. Verdammt! Das Gift war nicht stark genug. Es lebt immer noch. Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Ja, dann machen wir sie... Ist klar. Ist klar. Hast du da nicht? Superrange-Modus! Nicht aktiviert. Nicht aktiviert. Ich will nicht. Ich weiß nicht. Was ist das? Was ist das? Ist das ein Mond? Es bringt nichts. Ich glaube, ich muss mich da ran suchen. Kann das sein? Mit der F? Ja, mit der F? Wie, 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 äh... Was ist das? Ich bin nicht. Oh, der. Oh, der. Oh, der. Zermürbind der Schlag. Ja! 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 Ah! Geil! Ah! Ha! Ha! Komm mal aus der Mitte! Ja! 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 Äh, ach du Schatz, wir haben nichts mehr. Ähm, wohin denn? Ich kann nicht hin. Ich kann nicht hin, ich kann nicht hin. Ich kann nicht hin. Nichts. Nichts. Da ja! doch wenn man da und nicht drückt das bieh haut rein das bieh haut rein Aaaaaah! Woah! Anybody should check in? Noo! Ahem! Huh? Oh... 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 Oh! Oh...